Hi, ich will nur rast das File schicken. Wir brauchen die Bestätigung, dass Sie kein Roboter sind. Okay. Sind Sie ein Roboter? Nein. Das würde ein Roboter auch sagen. Bitte klicken Sie die Box an, dass Sie kein Roboter sind. Können Sie das nicht auch ein Roboter machen? Nein. Bitte schreiben Sie jetzt Buchstaben und Zahlen ab, die Sie sehen. E7 Inkorrekt. Willst Sie noch mal probieren? Ja, gerne. Ich schaffe das nicht. Verstanden. Bitte klicken Sie alle Feister an, wo Sie ein Lichtsignal sehen. Ich habe alle angeklickt. Es tut mir leid. Inkorrekt. Wollen Sie es noch mal probieren? Ja, aber ich habe definitiv alle angeklickt. Es hat noch eine hinter der Mauer gehabt. Da. Wie hätte ich das wissen sollen? Bitte wählen Sie jetzt jede Box an mit einem Auto drin. Ich sehe keine Boxen. Und in einer von denen hat es ein Auto? Ein Spielzeugauto. Ähm, rechts. Mies rechts. Mitte. Deine Mitte. Inkorrekt. Kann ich noch mal? Nein. Wieso nicht? Wir haben Ihnen jetzt einen Code geschickt auf Ihre E-Mail-Adresse. Okay. Ich habe es. Ich gebe es Ihnen ein. Es tut mir leid, aber Sie haben es falsch eingegeben. Oh. Wir haben Ihnen noch mal ein Passwort geschickt. Wie ein E-Mail? Nein. Nicht auf das Tablet. Inkorrekt. Schon wieder. Wo denn? Am Mikrowelle oder Waffe? Wir haben Ihnen das Passwort auf Ihr Handy geschickt. 6, 7, 8, 5, 6, 7. Tut mir leid. Das Passwort ist abgelaufen. Okay. Hey, Brad. Just got back from the doctor's house. Just saw the test get back- Dangit.